Da sind wir wieder zurück. Und da leuchtet was. Eine Kuhläutin mit dem Team. Wie soll ich dir helfen? Mei. Oh oh. Mei. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Natalie Schneider Uh oh. Ich bin nicht so... und diese komische Frau Jagd auf uns sucht. Es ist kaputt? Ja, du bist auch kaputt, Mädel. Du bist so kaputt. Manche heiß können. Manche heiß können. Hey! Mimimi! 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 Ich sehe ihn. Nikon! Nikon! Was bist du? Na komm! Du bist noch zu weit weg, die Kamera sieht dich nicht. Na komm! Hey! Was für Tauchgänge du da in der Luft machst, will ich nicht wissen. It's so cold! Ist dir bald? Nein! Jetzt erwischst du mich zum ersten Mal! Gerade, wo ich ein Gespräch mit dir aufnehmen wollte. Nana! Da bist du! Ich sehe dich! Na scheiß Schwimmthuse! Hey! Hier ist immer noch keiner! Hey! Nein! Böse! Dankeschön! Hu 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 hu! Auf zu lachen! Hu! Hu 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 hu! da da Where are you fucking bitch? Oh nee! Du bist natürlich leichter zu sehen, wenn du lila leuchtest. Aber ich hasse es, wenn du so aggressiv dann bist. Und wenn mein Timer sich verabschiedet. Guck! 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 Niiiih! Niiiih! Baaah! Hast du mich erschreckt? Wo bist du? Da! Wie du machst wieder einen Tauchgang? Dann zieh ich dich eigenhändig aus dem Wasser und... Ne, weiteres sag ich lieber nicht. Was ich dann mit ihr machen will. Niiiiiiin! Miiiih! Nein, 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 nein ! Das dürfte dich schon erledigen. Glucke mal weg, bitte. Ich hasse diese Tose. Ha ha, diesmal wusste ich es. Smaragd, Geisterspüter, Versunkene Frau. Dann hören wir uns den Smaragd mal an und gucken dann Fotos. Ach, ich muss auch erst auf Smaragd gehen. Ja. Komm nix spannendes bei raus. Gehen wir jetzt endlich in dieses Haus. Und damit ist das Kapitel zu Ende. Ja, das weiß ich. Na dann, bevor wir sehen, was im nächsten Kapitel so los ist, beenden wir erstmal die Folge. Das heißt dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.